Hallo, guten Tag, Frau Nachbarin. Sagen Sie mal, ist das etwa Ihre Katze, die in meinem Garten die Möhren ausgräbt? Ja, natürlich. Glauben Sie, Äppel, ich würde mir die Händen tragen, Marabella? Halten Sie Ihre Katze bitte auf Abstand zu meinem Gemüsebeet. Normalerweise interessiert sich meine Katze etwa Gemüse. Ja, dann hat sie sich womöglich ein Katzenklo gegraben, voll Teufel. Ach, sät sie das doch als Dünger an. Was? Also, dann schick ich demnächst meinen Hund in ihr Blumenbeet, dann kann er das auch düngen. Und da standen Sie sich das, weil sonst wäre ich nämlich auch mühlich. Äh, was werden Sie da? Auch mühlich, hau ich gesagt, und zwar sehr auch mühlich und für Hochdeutsche ungemütlich. Dann müssen Sie aber auch das Echo vertragen, wenn ich nämlich ungemütlich werde. Ja, was ist denn, hä, was? Ja, dann werde ich sehr, sehr ungemütlich. Pö, pö, pö. Was, was heißt pö? Pö, pö heißt, äh, bringt jetzt ein Glas Wein mit mir. Äh, ja, wenn Sie in das Glas Bier reinschütten, dann gerne. Gerne. Ja, okay, hau geht sie her. Prost, Herr Nachbar. Seht sie, wenn man ordentlich miteinander schwätzt, dann lässt sich jeder Krach vermeiden, gell? Ja, ja, Prost. Prost. Prost.